Sabine, wir gehen unter! Nein, ich bin doch bald Computerfachfrau. Aufwachen, Sabine! Oh, das ist die Klappe, ich hab Kopfschmerzen. Bei mir stimmt gerade ein Assemächer vorbei. Wieso schwimmt der, Mama? Hier ist ja alles nass. Ach wirklich? Was ist das für eine Scheiße? Aber es kommt nicht alles so dermaßen an. Ich hätte mich überhaupt gemühtem Leben auf diese Scheiße. Ich will nach Hause. Ich krieg's nicht nicht, wo ich den Haupthand finde. Sonst können wir einpacken. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Connor. Guck, ich bin ein Kai. Und? Was machst du? Ich gehe rüber zu Philips. Ich rufe die Feuerwehr. Das war's dann also. Das war's, ja. Sabine, ich wollte noch sagen, ich weiß, dass ich ziemlich viel Mist baue, aber es tut mir leid. Wirklich. Das war's. Das war's.